Hallo und schönen guten Tag. Ich möchte euch heute mal wieder ein kleines Schweizer Messer in die Kamera halten. Wenn man an Victorinox oder Wenger denkt, sieht man ja immer diese roten kleinen Taschenmesser oder aber auch größere Taschenmesser vor sich. Und hier ist nun mal ein Victorinox, ein kleines Herrenmesser ohne Markung auf den Edelstahlgriffschalen, die längs gerillt sind. Man hört es. Und nur die Klinge ist gemarkt mit Victorinox Switzerland Stainless Rostfrei. Ein schönes kleines Herrenmesser, wie man sie früher bei vielen Herstellern bekommen hat. Und wir haben hier noch eine kleine Klinge und auf der anderen Seite ein Nagelwerkzeug. Ein schöner kleiner Vertreter dieser oftmals getragenen Messer. Schönes, flaches Design. Jo, wollte ich euch mal in die Kamera halten. Mal ein Victorinox der anderen Art. Ich habe das mal geschenkt bekommen. Da hat jemand eine Wohnung ausgeräumt. Der wusste, dass ich Fan dieser Messer bin. Jo, Victorinox Switzerland Stainless Rostfrei. Schönes, kleines Herrenmesser von Victorinox. Wollte das mal kurz in die Kamera halten. Sieht man ja nicht so oft. Und ich denke mal, es ist ein schönes kleines Messerchen. Jo Leute, das wäre schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal, dennne. Tschüss. 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 Tschüss.